Also, also. Dos Santos auf Söhr. Söhr für drei. Kann er. Macht er auch. Erster Dreier für Boncour. Das darf man nicht vergessen. Er gibt Gas. Weiterhin. Dreier Versuch Marco Lehmann. 3 für 3 Marco Lehmann. Willkommen zurück. Das sind die Big Plays. Die grosse Big Plays. Was für ein Pass von Deanoa. Der eine ist überschleppt. Herrlicher Ballverlust. Aus Aarauer. Hochler. Split. Jetzt auch. Wie Hermann vorher. Rausen auf Saga. Er geht weiter auf Gastro aus der Ecke. Dreier für drei. Gastro. Boncour. Erster Piff auf die Seite von Boncour. Dreier Lehmann. Frey für drei. Marco Lehmann. Problem mehr für Boncour. Hermann gegen Kosti. Dos Santos. Für einmal Kurzfreier. Gegen Mirkovic hat er keine Chance. Segen euch das jetzt einfach mal. Wir schauen mal. Muss auch rausgehen auf Morris. Der geht wieder raus. Wieder aus der Ecke. Vorher daneben. Das mal drin. Das mal drin. Landet. Aber er natürlich fähig. Mal schauen, was er jetzt bringt. Nächsten drei drin. Verschnaufpause. Auch mit Schluckwerk kann man gewinnen. Dass auch Massanio gestern gegen Lozan sagt. Und im Basketball ist auch das wenig. Danke für 57 Zuschauer, die zuschauen. Und Medea nachher beim Frühjahr. Der strömt. Der strömt. Deja nachher für drei. Kosti. Gute Hand von Kosti. Schön da oben gewesen. Guter Wurf jetzt. Sir wieder drin. Sir. Hocher. Los Santos. Wieder raus. Mirkovic. Lehmann frei aus der Ecke. Für drei. Dreien für drei. Marco Lehmann. Offens aber auch nicht. Jetzt kommt Offens zurück. Los Santos gegen Mirkovic. Das ist das Duell. Morris für drei. Kann er. James St. Robert muss ganz raus. Der kann werfen. James St. Robert. Fast zu wenig im Moment. Es ist gut, wenn er sich rausnimmt. Wenn es ihn nicht braucht. Aber wenn es ihn braucht, muss er da sein. Hocher für drei. Der ist immer da, wenn er braucht. Nächste drühe. Sir. Nächste drühe. Nächste drühe. Sir. Unglaubliche Vorstellung von ihm. Das versuchen. St. Robert hier zu Willen. 1 gegen 1. Nehmen. Hocher für drei. Das Sichtbord. Ja jetzt. Wenn wir den Rebound schon haben, dann gehen wir wieder vorne. Bitte vor. Sir. Für drei. Foul. Drin. Oh mein Gott. Sir kann locker mit zwei Angriffen das Ganze wieder zumachen. Mirkovic. Baseline. Nein. Zu. Kostic. Aufsager. Dreier Versuch. Drühe. Philipp Sager für drei. Scheiss egal. Sir. 1-2. Wieder der Wurf. Ist klar gewesen. Wieder drin. Ist auch klar gewesen. Das weiss man doch. Wir sind in der Crunch-Time. Und zwar einen riesen Crunch. Oh. Kostic. Rondo-Move. Mirkovic. Lehmann für drei. Nochmal für drei. Lehmann für drei. Jawohl. Jawohl. Aber ich will noch nichts verschreien. Sir ist nach wie vor auf dem Feld. Dos Santos ebenfalls. Und Morisau. Der kann für drei. Schon wieder für drei. Wenn nicht, dann nicht. Achler. Ochler. Stefanowicz für drei. Freie. Dreier. Dreier für drei. Nikolas Stefanowicz. Jawohl. Und die können noch faulen. Die machen das auch. Es wird nicht abpfiffen. Dreier Marco Lehmann. Dreier. Dreier Marco Lehmann für drei. Das ist der Sieg. Ja. Jawohl. Sieg Aarau gegen Boncourt. Aarau geht zum allerersten Mal in der Nationalliga Anhalen. Und das ganze Team...